Jetzt habe ich neben mir stehen Daniel Roth von Rohstoffe. Hallo Daniel. Wie geht's dir? Gut, gut. Und dir? Mir geht's auch gut, super. Daniel, du bist ja hier auch Sponsor bei der Alles-oder-nichts-Veranstaltung, bei dem Boxkampf. Wie kamt ihr denn dazu? Gut, also zum Reiner bin ich vor zwei Jahren gekommen und dann halt immer wieder Events, wo ich ihn unterstütze. Und auch jetzt hier in Ludwigshafen, das letzte große Event war ja am Weihnachtszirkus. Und ja, das war halt in unserer Heimat, da haben wir halt mehr gesponsert, wie hier. Aber ich unterstütze ihn, weil Fußball kann jeder, Boxer nicht. Das stimmt, also ich meine, das ist ja... Hast du aber trotzdem so eine Affinität zum Boxen oder ist das einfach durch einen Reiner? Der ist jetzt durch den Reiner gekommen und dann habe ich auch den Daniel Dietz, das ist schon mein Schützling, kann man so sagen, den tue ich auch unterstützen, damit er halt eben groß wird. Ja, das ist unser Ziel. Ja, sehr gut. Und wie gefällt es dir hier so auf der Veranstaltung? Es ist wie immer grandios. Also der Reiner, Lob an dich, Reiner, der macht das jedes Mal aufs Neue. Top! Sehr gut. Und gibt's denn auch einen Favoriten? Welchen Kampf freust du dich denn so am meisten? Sarah Baumann. Die Sarah? Das ist, ja. Gerade eben, weil es im Weihnachtszirkus nicht geklappt hat. Ich könnte sie jetzt erstrechen. Und natürlich der Ali. Aber der Favorit ist Sarah. Und Daniel auf jeden Fall, oder? Weil der boxt ja auch. Ja, ja. Aber es geht halt um beide Titelkämpfe, bevorzugt die Sarah. Aber Daniel, der Gegner, ja, dann haut er um. Wahrscheinlich in der ersten Runde. Und meine letzte Frage. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, ihr sponsert das ja. Habt ihr hier noch eine Aufgabe, die ihr hier macht? Ja, also wir haben gesagt, dass wir eben halt Sponsoren und unsere Mülltonne bringen, damit die Entsäugung von der Backe ist. Wir entsäugen das und stehen halt überall unsere Mülltonne, 15 Stück. Ja, sehr gut. Ja, dann vielen Dank für das kleine Interview und wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der Veranstaltung. Dankeschön. Und wird auf jeden Fall sauber sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Mit eurer Hilfe. Voll Thema.